Willkommen hier bei einem Infovideo auf Play TV wie ihr vielleicht wisst bin ich schon seit ungefähr zwei Wochen in der Partnerschaft mit Sultanas LP und jetzt haben wir uns dazu entschieden dass wir aus Play TV ein großes Projekt machen mit in Zukunft hoffentlich dann auch mehr Let's Player ich habe jetzt auch einen Kanal der heißt Laudio LP und Sultanas LP das sind die zwei die momentan da sind ihr könnt unten die Websites jeweils besuchen oder eher gesagt die Website von Play TV natürlich und dann von meine Sultanas LP hat noch keine Website und da könnt ihr ja mal vorbeischauen und in Zukunft wird es dann jetzt auch dort auf Laudio LP wird es dann auch Let's Plays geben es wird aber anders sein wie hier es wird zum Beispiel keine Let's Tests geben vorher sondern ich werde mir einfach ein paar Spiele aussuchen die ich gerne Let's Playen würde möchte dann mache ich davon wie gehabt 10 Folgen das ist dann eine Staffel wenn ihr mehr sehen wollt müsst ihr dann halt es mir mitteilen ja und so werde ich das dann da machen und bei Play TV wird es dann weiterhin auf dem Kanal noch hin und wieder mal als Test zu irgendwelchen neuen Spielen geben oder Infovideos rund um das Ganze oder sowas halt ja ich hoffe ihr werdet weiterhin mich auf Laudio LP verfolgen und natürlich auch Sultanas EP und die anderen die dann dazukommen ja und jetzt kommen wir dazu wie man bei Play TV beitreten kann als Let's Player und zwar könnt ihr auf der Website von Play TV jetzt demnächst also jetzt noch nicht aber demnächst also in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall könnt ihr ein Formular ausfüllen oder so ja und da könnt ihr euch sozusagen bewerben als Let's Player bestimmte Voraussetzungen werden dann auch auf der Website stehen da wird es bestimmte Sachen geben aber das steht dann da alles könnt ihr euch dann angucken wenn ihr dazu Lust habt Let's Plays zu machen halt unter eurem Namen das Ganze läuft dann aber unter Play TV ja und so hoffe ich dass wir dann langsam aber sicher dann wachsen an Community wird natürlich alles dauern also das wird nicht von heute auf morgen gehen aber ja jetzt gucken wir erstmal dass Sultanas LP und Lordio LP dass wir da also dass ich mit Lordio LP anfange und er mit Sultanas LP das ist ein Kumpel von mir dass der da auch Let's Plays macht momentan macht er nur so Videos wo der nicht kommentiert aber ab Ende des Jahres ungefähr wird es da auch Let's Plays geben mit Kommentar ja ich muss noch überlegen wann ich bei Lordio LP anfange mit Let's Plays aber das wird höchstwahrscheinlich ab Dezember äh starten ungefähr vielleicht auch ein bisschen früher ähm auf Play TV wird es jetzt dann erstmal keine Videos mehr geben ja aber dafür gibt es dann auf Lordio LP Videos ja ähm es wird dann auch wie gewohnt immer mittwochs und sonntags ein Video geben ja und ich hoffe ihr werdet das weiterhin alles so verfolgen und ähm ja dann sage ich jetzt mal ciao ciao und ähm ja bis zum nächsten Let's Test hier auf dem Kanal oder zu einem Let's Play auf Lordio LP ok ich sage ciao ciao